Hier, du hast die ganze Freude deinen Fahrwerk geschickt. Du bist dran, schweiß ich. Du kannst ja ein einziehbares Fahrwerk nähen, oder? Ne. Wir gehen mal um. Auf den Hauptrunway. Und dann nach die andere Richtung. Am Ende gehen wir nach der Bahn. Wie hoch seid ihr unten dort, Joschi? Ach, wir haben eine gute Ausbildung. 40 Meter sagt er mir. Ja, 10 reichen. Ganz am Ende der Bahn stehen 4 links und 4 rechts. Ganz genau in der Mitte. Du solltest auch ein bisschen tiefer fliegen, sonst haben wir nicht die Möglichkeit da ranzukommen. Ja. Habt ihr was erwischt? Ja. Die draten Leben alle noch. Jetzt laufen sie weg. Nein. Ich sehe auf dem Radar-Ding schön, wie das Ding unter mir schwankt. So, wir kommen wieder rein. Feuer, schön, schön, schön. Ich kreise einfach weiter, wir machen ein großes Pendeln. Ne, aber weißt du, wenn ich hier in Wirklichkeit drinnen sitzen würde, ich würde hier so rauskotzen. Natürlich. Ich bin jetzt einer der Piraten. Die rennen alle weg. Wir haben Angst vor euch in dieser Konstruktion. Völlig zu Recht, möchte ich sagen. Daher liegen noch welche. Oh. Hast du Handgranaten geworfen? Oder waren das die Piraten hier unten? Das geht auch? Jo. Ja, natürlich. Komm wieder zurück. Und wie höre ich immer Explosionen? Das werden die anderen Piraten ja auch weg. Jetzt stehe ich hier ganz alleine. Das ist lustig. Wir werden mal die anderen Piraten suchen. Die sind alle hier hinten in Richtung der Radarkuppel gelaufen. Kleiner Turm, weiter nördlich. Ich bin schon über den linken, über den kleinen Runway drüber, muss weiter nach links. Ich will da noch nen Schuss aufbauen. Oh. Und was hat der Motor kaputt gemacht? Das war ich mit meiner AK. Kommen wir! Klapp drinnen aus dem linken. Was? Die sind schon alle tot auf der Seite. Auf einmal fliegt sich das Ding echt scheiße. Ach, Yoshi ist abgesprungen. Ach nein, Yoshi ist gestorben und hat mich erschossen nach einem Respawn. Oh, das ist ja doof. Äh, das ist ja. Und was da hinten mit dem es ist. Da hat es mich gespürt. Ich bin gespannt, wie gut da.